Es war ihm nie egal, was aus mir wird, es war ihm nie egal, was aus dieser Welt wird. Christus mischt sich ein. Er hat sich eingemischt in diese Welt, deswegen ist er diese Welt gekommen. Er hat sich auch eingemischt in mein eigenes Leben und das hat natürlich auch Auswirkungen. Es war ihm nie egal, was aus mir wird, es war ihm nie egal, was aus dieser Welt wird. Und er hat aus mir das gemacht, was ich geworden bin und so kann es auch für mich nicht egal sein, was um mich herum passiert, was in dieser Welt geschieht, was mit meinem Nächsten geschieht. Es kann mir nicht egal sein, ob es irgendwo Ungerechtigkeiten gibt und deswegen möchte auch ich mich einmischen und einbringen in dieser Welt. Wer jetzt auf dem Sofa sitzt und dort vielleicht auch ganz gerne bliebe, dem muss ich einfach sagen und dem will ich einfach sagen an dieser Stelle, dass wir ja auch verantwortlich sind für das, was wir aus unserem Leben machen. Ob wir es so einsetzen, ob wir die Kräfte, die uns zur Verfügung gestellt wurden, so einsetzen, dass sie auch anderen Menschen dienen beispielsweise. Ich bin fest davon überzeugt, dass das der Sinn unseres Lebens auch ist in dieser Zeit und Welt. Mischt euch ein!